hallo und schönes wieder zu minecraft und ja wir haben immer noch an der xp form jetzt muss kurz mal ein schluck getrunken und jetzt macht man mal diese säule doch noch fertig immer schöner weise gut machen das war bloß mit kurz unser gerüst her sitzen oder wer mit drei viertel stecken wir hier die das genie ist wir können einfach jetzt weitermachen das wäre das die drei das was wir machen wir haben wir schnell die machen wir haben keine mehr gut geschaut ob man neue treppen kommen nicht dass wir dann jetzt ist dann so ist der letzte pfeiler oder letzte ecken was machen da war jetzt blöd immer viel zu viele hätten und also das weiß nichts wenn wir jetzt so halber das deck oder viertel oder zwanzig wenn das über bleibt aber wenn jetzt drei stecks treppen auch und mir dann zwei stecks übrig bleiben ist dann auch blöd weil es dann verschwendet der schlammziegel ist dem her erst mal so und dann schauen wir weiter ich bin jetzt wirklich richtig gespannt müssen wir natürlich müssen wir gar keine grüste aufstellen für das glas wir müssen bloße grüste stellen wo das wir da einige kennen und bauen wir das ob und dann können wir einfach in den oberhupfer immer fertig kann damals ja mindestens weiß gar nicht ob unser los dank lang und was man jetzt gemacht haben mal schauen bleibt schon höher zu deck über bleibt doch höher zu deck über aber ist okay ist okay crazy ne ist schon echt crazy gut dann erst mal da wo der fach wie hoch ist das wieso habe ich das so hoch macht ja das ist mein sichtradius erreicht eigentlich vollkommen und ich habe letztens gesehen ich habe mir create live angeschaut die haben alle nicht so hoch es hat schon gar nicht so hoch geht dann selbst ohne shader und so ich finde minecraft ohne shader kannst du halt herkotzen oder es ist jetzt habe ich zwei dreiviertel steaks ja fast drei steaks da drüben am berg ist was wieder unglaublich jetzt könnte man über übrigens mit den gerüstern weil ich kurz was ausprobieren wo man die ja zum blöcke umbauen kann zum setzen blöcke entluft bauen kann mir haben wir da eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht zehn zehn und eigentlich haben wir bloß 8b oder das geht es jetzt nicht uns zwei drei vier fünf ok da müssen wir dann in der physik bisher bauen dann einfach so dass man da so herkommen oder so leicht schräge brücke bauen wo ich da so überlegen das jetzt sinnvoller war man sagt es ist cool dass man das so abbauen kann aber ich möchte das jetzt sagen wie macht man so dass man doch zum beispiel sagt ja los erst mal da sind blöcke aussiegeben so samaro und dann gehen wir erst von diesem spot aus gehen wir dann so muss man sich dann so machen und dann gehen wir hier so her wird das da ist hier richtig schön das ist eigentlich echt praktisch weißt du dich gut planen kannst du kannst du dann auch schon ach ja da gehört dann vielleicht um das war ganz okay wenn dort war ja stimmt da habe ich dann den man braucht aber das nervt mir immer mehr dann machen wir dann dann machen wir da so dann kann ich auch nichts okay da bin jetzt 1 2 natürlich aber das ist mir nicht gekommen und dann um dies wird das so weiter kommen natürlich bist du ein bisschen her aber kommst du dann halt auch hier was du willst jetzt mal du 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 kommst du dann kommst du da auch so oh mit einem dreier ding du musst ja nicht immer komplett runde ausbauen das kann schon kompliziert eh viel sagen einfach und doch könnte es jetzt einfach sagen wir machen überall noch einen an dann schaut das schon mal noch besser aus dann kannst du da immer so beben machen da hinten wenn wir einfach von haus aus auf die höhen gehen wenn wir da einfach vierer breiten haben einfach nur um die brücken gescheit zu befestigen dann kannst du noch mal einen block ausgehen jetzt wirklich extrem gemäherzt jetzt schaut das ganze da aus schaut doch gut aus und das lassen wir jetzt einfach mal so dann haben wir da einen weg dann machen wir jetzt mal den da her ist natürlich top so du kannst gerne mal äh ein bisschen äh Kritik oder Vorschläge und Kommentare werfen und da hat es mal auch das ein bisschen so gell 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 5 5 6 6 5 5 5 7 9 9 10 10 10 6 5 7 15 15 16 18 14 15 14 15 15 16 noch mehr los ich glaube dass die jetzt alle am linkbrotzeln sind nicht 9 doch da ist der 2 3 2 3 nö ist er nicht kann ich den da schee reinballern ins lager und wir haben da richtig schön im lager ist ein kack steuern ja prinzipiell kann ich der ober direkt ins lager angeschlossen aber ja relativ verarbeitet wieder ist da irgendwie hin zum schließen und den stoff habe ich eigentlich nur gemacht dass er weg ist wenn wir so viel anderen stoffen jetzt haben wir so glatte stein da also der gebrockene stein ist den konzert überhaupt nichts machen leider ich sag mal nicht dass da schon wieder kein ding mehr drin ist du möchtest mir doch veräppeln leider so ernsthaft jetzt es gibt es einfach nicht es gibt es einfach nicht okay schmeiß mir erst mal ich weiß mir erst mal den ganzen ding um ich weiß mir erst mal den ganzen store davon eine wenn das überhaupt es geht indem man den rest selber träumen und dann müssten wir auch mal irgendwie entzogen aber es ist das frische wort unterbringen das müssen wir sehen wie 23 vor dem rom dazu dass man das nicht nur dabei haben dann gehen wir auf und der markt beim xp um das glas platzieren genau und die zwei kaktus können wir da eine ballern herum schon ganz gut so wenn du da irgendwie so einen eingang machst kann schon was werden kann schon was werden so müssen wir bloß da rauf kommen haben wir noch ein steck haben wir noch ein steck los ach ja stimmt das war ja was wir haben ja heute wird steck drin gell komisch äh müssen wir kurz bei den anderen richtern schauen das ist ja nicht glauben da wirst du mal ein bisschen länger da bei der form nach vorne und die kommen die ohne da hinten sehr interessant so geht's noch oben mit dem gerüst jetzt einfach mal vor uns her dass wir schauen wie weit wir rauf hin müssen ich soll nicht doch können wir nicht bringen wir nichts zu wenn ich es irgendwo hin baue oder wo ich habe eine schlechte befürchtung bei dem ganzen wenn sie der kaktus so spredet wird es kompliziert jetzt ist so einfach dingens okay fangen wir jetzt mal droh relativ easy ich weiß noch nicht wie weit das mal jetzt auch für müssen aber so mein frau ist wie schaut es so aus weiß wie selten passiert ist das dohr akkater kassi freut nach außen vorhin war schlecht aber es gibt schlimmeres in ppppppp so da zwei mal echt so ich glaube das was du am Ufer noch drin ist reicht nicht mehr annähernd ach du Kacke ich habe schon wieder vergessen wie fein das ist geht Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Oh, ey. Mann, ey, was da für wirklich richtige Inventory Tweaks, wo Sachen nachrutschen lässt im Inventar. Ich weiß nicht was, es gibt so Maustweaks, aber das ist einfach nicht das gleiche. Einmal annähernd. Du kannst weder das gleiche damit machen, noch kannst du ansatzweise soviel zeigen und einstellen damit. Aber was bringt mir das, wenn ich mit der Maus Sachen mache? Das kann ich jetzt auch schon. Ich kann mit der Maus jetzt auch schon einstellen, wenn ich Shift-Links-Click mache, dass ich es schnell um mich tut. Also, es ist keine Innovation. Innovation ist, wenn ich was Neues mit einfüge. Wie zum Beispiel, äh, ging. Nachrutschende Stacks von Items. Oder... Ich hab immer noch so ein bisschen Angst mit, ne? Aber dann bauen wir das wieder von oben ab. Die erste Seite ist dicht. Und somit haben wir da schon mal mehr Ertrag, mehr oder weniger. Prinzipiell sollte man insgesamt jetzt mehr Ertrag haben. Da flächenmäßig eigentlich ein Meer bedeckt ist. Aber wie man sagt, hupft das manchmal sonst wo hin. Jetzt gehen wir erstmal nochmal da pennen. In unserer Baustelle da. Und machen wir die nächste Seite. Und das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man das Ganze da... Äh... Ich brauch mehr Glas noch. Das reicht nie und nimmer. Ich brauch da pro Ding wahrscheinlich fünf Sticks oder so. Und ich... Kann mich wahrscheinlich nicht runter, gell? Nein. Ich muss weiter runter. Ich muss unsere Lava-Farm... Ich muss unsere Lava-Farm automatisieren. Ich brauch jetzt einfach sehr viel Brennstoff, das wo da sehr schnell da rein geht. Und das geht einfach nur, wenn ich viel Brennen kann mit einem einzelnen Ding. So, jetzt gehen wir schnell da rein. Punkt Ohrens. Es wird Force Loaded. Vorerst. Einfach nur. Das heißt, dass wir das laden, auch wenn wir nicht da haben. Weil... Sonst schaut es nämlich so aus. Und wir haben keine vollen Kessel da. Ähm... Genau. Dann... Ähm... Der könnte... Weißt du was? Das lasst mir jetzt einfach aufhört. Das lasst mir sowieso so... Sowieso so 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 so... 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 Dann gehen wir wieder aufhin. Und... Der mal umhaut. An... Glosschauen... Was wir jetzt haben. Leider haben wir nicht so viel. Boah! Das schaut einmal hart aus. Das schaut mega gut aus. Das ist ein neues Wahrzeichen. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich sehe ich schon... Ich kann schon ein bisschen erinnern. Wahrscheinlich sekt man das schon... vorweilen nicht immer fehlende range hätte so die frage haben wir nur irgendwo klaus rumbling irgendwo also klaus scheiben oder brennstoffe abos aber es ist ja nur 20 s kohle aber klar hat natürlich ein kohleblock aber keine hätte heute natürlich länger aber eine ultra lang also jetzt sind unendlich oder so das gibt es ja nicht da müssen wir früher oder später dann doch auf dem umsteigen ja im prinzipiell müssen wir gar nicht umsteigen wir müssen bloß mehr brennstoff haben wir haben einfach keinen brennstoff das ist das große Problem also ich schieße gar nicht so viel da drinnen das sind echt Dinger da das übrige so unnütz zeigt da in Terras so so Da war Strönden. Was kommt der Losford? So, okay. frischen ausgläuert so er kann jetzt währenddessen richtig schön bambus weil der da hinten ist gesperrt also alles was an dem droht ist jetzt gesperrt was jeder trichter und ding das heißt die kinder nichts aufnehmen eigentlich also der kann was aufnehmen weil der ist nicht gespürt was sind die jetzt zum auch wenn der nix mehr auf sondern der muss alles aufnehmen wenn er nur schweiß das hilft ihm nichts es liegt einfach daran weil das so aus irgendein so langsam läuft einfach gab es mir mal ausprobieren ob das besser ist wenn zum beispiel da davor ist wenn da nur ein step davor ist das ist nicht auf den ding drauf tropft sondern das ist doch viele schiebt und dann auf ein ding drauf ist natürlich auch möglichkeit dass es auf den richter aufgeschubst und dann direkt wo wird unter jochen der herbert der volle muss jetzt da überall leider nicht sitzen die dinge ist bei mir hart oder ein kurs und der matsch menge auf klaus nie es geht mit durch weiter überredet gespürtes gestimmt Das ist unser Problem. Es ist ein großes Problem. Ja, das lassen wir dann einfach mal wieder weise oder hinwurschteln. Da ist jetzt mal ein Stack drin. 64 durch 4. Weiß ich gerade nicht. 10. 16. Ein viertel Stack kannst du damit brennen. Mit dem was drin ist kannst du glaube ich... Also das macht 025. Auch 025. 034. 034. Das macht der Heubertz. Kannst aber auch nicht so gut fahren. Automatisch fahren. Sitzling ist immer schwierig. Oh, ein Knopf. Ein Holzknopf bringt ein Heubertz-Item. Hätte ich noch nicht gedacht. Slip dreiviert. Slip dreiviert. Aber Block. Oh, ein Toib. Okay, dann macht es schon wieder keinen Sinn mehr. Maximum ist glaube ich wirklich Lava. Das wird es glaube ich... Wirklich so 100 oder so. 100. Kohlebruck macht 80. Seetang hat 20 gemacht. Eigenhergestellte Kohle. Boote machen auch 60. Aber das ist genau das Problem. Der Bambus macht bloß 025. Aber... Der ist halt sehr schlecht zum automatisiert herstellen. Siehe da. Man kann den einfach sehr simpel herstellen. Ohne Mordsding. Oh, da brauchen wir das. Oh, da brauchen wir das. Sondern du baust es. Machst einen Pisten hin. Machst einen Beobachter hin. Und der Kars ist gegessen. Einfach. Aber... Es dauert halt einfach sehr Zeit, bis der das... Aufdruck kann. Wie man sieht, wenn der dann einfach irgendwo das Zeiger aufnimmt. Dann ist Ohrens drinnen. Und ja. Das bringt halt nicht viel, wenn da... Ladehosen ist. Ist halt das Problem, was wir da gerade haben. Produzieren zu wenig Bambus. Dass wir nicht so schnell produzieren können da. Okay. Ja. Ich schau mal, dass wir da irgendwie... Irgendeinen Brennstoff haben. Aber hey. Wenn es euch gefallen hat, lasst es auch da. Los zum Echtern. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Also... Habi dirri.